Ich grüße Sie mit den Deren Frieden von unserem Heiligen Jesus Christus. Ich kenne die Falschelöse durch Johannes Kapitel Sastien, nennen tfündig der Treuen dadurch, oder zu sein, denn, sprachen zu ihm seine Jünger, sehe, nun redest du frei heraus und gebrauchst kein Gleichnis. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst nicht, dass dich jemand frage. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr, siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein Gädlicheren das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Sollte es habe ich zu euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Jünger von Jesus, die dachten nun, dass sie ihn nun zum ersten Mal verstehen haben können. Nun benutzt er nicht länger eine bildliche Rede, sehten sie. Sie dachten, nun haben sie das Geheimnis von seiner Person erforscht. Nun werden sie sich sicher, dass er allweitend wird und von Gott rutschgegangen wird. Doch hat er gesagt, dass er von voraus geht. Hat er diese Bedienung ertand? Verstanden sei, dass er eine Person von dieser Dreieinheit wird? Jesus will mit dieser Frau darüber treten, dass er glücklich noch einmal ankommen wird. Er weiß, dass er am Lauf hat, dass er am Vertrauen wird. Doch wüssten sie wirklich, dass er Gott im Fleisch geüben wird? Nun, in der ganz karte Zeit soll Jesus gefangen genommen worden und werden die Rechgestalt in die Krieg sich geüben werden. Die Jünger wurden am Aula verloten und sie wurden in der Erde eigene Hüse ranen. Doch er wird nicht allein sein, Jesus, weil der Vater wird am Sennen. Sie verstehen seine Gemeinschaft mit Gott nicht. Sie wurden, Gott wurde in den Abrechen oder in den Armen abbrechen, sagt Jesus, weil alle Jünger am Erleben wach ran wurden. Und der Zweig von dem Gespräch wird Jesus geführt, dass wir, dass die Jünger, dass sie Frieden haben wurden. Wenn sie gehaust wurden, verfolgt wurden, falsch angeklärt wurden, oder sogar getweilt wurden oder angebracht wurden, dann können sie in den Armen doch noch Frieden haben. Heu, die diese Welt überwinden, um die Krieg von Golgatha, trotz von all den Drangsal, wie wir, alle Weide, alle Schlacht, wie wir, können sie doch ganz ruhig sein, dass sie ab dem Sieger stöhnen können, dass sie ab dem Sieg von dem Gewerner sein können. Mit dem Kummer von dem Hellen Jes, dann wurden sie nie gekauft, kriegt im Deichhäule, sie wurden nie in Müll, kriegt, je in dem Feind zu stöhnen. Und dort ist auch, wo der Herr Jesus mir und die von dir sein will, dass ich diese Karte und auch, dass wenn wir ab sie nicht sieht sind, wenn wir uns betiert haben zu dem Herrn Jesus, dann sind wir ab der Gewerner gekauft. Und auch wenn wir verfolgt wurden, ungeklärt wurden, falsch verhandelt wurden, dann auch, wenn wir wollten, in Jesus Christus können unsere Säule Frieden haben. und wir können appassiert von dem Gewerner sein. Und du wünschst uns Gottes Segen, weil wir noch beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass wir in der Schwere Tüden wurden, dass wir danach werden mit dir Sieger sein, mit dir, dass wir ab dem Gewerner kommen und wir den Frieden in das Wort drehen. Ich freue mich, dass wir mit dir schenken, dass wir den Heiligen mit dir leben, trüe und in der See zu sein, dass wir wollen zu sein. Und ich danke dir für Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.